Dörte, du denkst, dass kein Mann dich je lieben wird und dass du andere traust, um deine Probleme zu lösen? Genau. Dörte, das ist doch albern. Du warst die Beste deines Jahrgangs. Du warst die jüngste Preisträgerin je, weil Jugend verteidigt. Und... Ich, wer darf es nicht sagen, habe sogar ein Muffin nach dem Beleid. Ja, Dörobstmarte. Lauf mit dem Denkbegleit, sei du selber das Muffin, sei du selber immer lieb, lieb mir dich, wie du bist. Doch wir lieben dich, das tonisch an, dann oft wirst du gefisst. Aber das ist die Corona-Schwehe von vielem zu dir nett, ach was sprechen wir von allen, wo du willst. Ich bin bei deinem Bett, ich bin sicher, Tor wird fallen. Männer wollen keine Lämmer, gegen die Coolness, gegen die Glamour. Sei du selbst mit mehr als Wasser, sei du selber noch viel besser. Sei du selber, ja genau, sei du selber nett und schlau. In dir schlummert noch so viel mehr, du kannst alles sein, was du sein willst. Mensch, dann fällt vor dir, suchst du mir ein Stil. Und sie flieh, dass du mir jeden Stil. Komm, schau, dein Treffen, Trautchen, die dein Aussehen längst geschaut. Und im reichen Selbst, lass uns begegnen, sei du selbst schön, wie du bist. Sei du selber, also ich, sei ich selber, es war doch mich. Ich zu sein, war mir nicht ganz noch fein. Doch war's vielleicht der Stein, der mir mein Glück versperrt hat. Mach mich neu, dass ich die Welt erfreu. Und doch, ich bleib mir treu. Nur jetzt mit Außenwert, hat sie selbst so mit ihr griffen. Was wär schön an meiner Pfiffen? Ich bin ich mit neuen Seiten. Fang jetzt an, mich anzuleiten. Na dann mal los. Aber, was ist mal total anti-dörter? Irgendwas exotisches. Typ Susi Wong. Chinesisches Freudenmädchen. Typ Anna-Cabrilina. Russische Ehebrecherin. Okay, die Ideen spüren die Hase aus mir raus. Das geht um einen total... BAM BAM BADAM BAM BAM BADAM BAM BAM BADAM BAM BADAM BAM 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 Das ist drassig und wenn ich so denke, was ich aus dir mache, Ich will nicht, was man ist, weil du bist, ich hab mich halt. Jesus, du warst in uns, das ist so frei. Doch das war kein Mann, der war mein selbster Gerhard. Weil ich wollte, wie du sie weißt. Und doch, ich bleib mir, du wie ein Mensch. Fertig, eine Nada, dein Unwählbar La, du, da, da Hola, ich bin Ihre neue Rettung. Werden Schöckchen und Manch den Schwind durchschauen? Welches Geheimnis umgibt nun Burger von Duhl? Sind Keras Muffins wirklich die Besten? Sehen Sie das und noch viel mehr in der nächsten Folge von Dörte, Engel der Kanzlei.